Audio in OBS Studio kann einem schon ordentlich die Nerven kosten. Möchte man dann noch neben dem Mikrofon das Audio von dem Spiel, der Musik, den Leuten aus Discord oder Teamspeak und vielen weiteren Dingen regeln, wird es kritisch. Aber es gibt auch eine ganz einfache Variante. Bisher über ein zusätzliches Plugin gibt es nun in OBS Studio ab der Version 28 direkt die Möglichkeit, Audio sauber und einfach einzubinden. Und genau das werden wir heute gemeinsam machen. Ganz wichtig, vorweg sage ich gleich, dieses Video ist für alle gedacht, die OBS Studio ab der Version 28 nutzen. Solltet ihr OBS noch in einer älteren Version nutzen, habe ich euch zwei Videos unten in der Videobeschreibung verlinkt. Außerdem alle, die ein GoXLR, ein Avermedia Nexus oder gar die Wavelink Software von Elgato nutzen, für die macht das Ganze hier nicht so wirklich Sinn. Aber für alle, die das nicht haben und die trotzdem kostenlos super easy das ganze Audio regeln wollen, ist hier genau die richtige Anleitung. Und eins habe ich noch vergessen, es gibt einen richtig coolen Dienst, Achievements TV, der ist neu und ist Sponsor des heutigen Videos. Vieles bei Twitch dreht sich mittlerweile um Achievements. Sei es zum Beispiel das Erreichen von einer bestimmten Followerzahl oder aber wie lange man schon Partner ist. Mit Achievements TV könnt ihr euch jetzt eure hart erarbeiteten Achievements aber auch auf sehr geilen Awards ausdrucken lassen. Und die könnt ihr dann zum Beispiel an eurer Wand befestigen oder aber ins Regal stellen. Und um ehrlich zu sein, als Streamhintergrund sehen die auch schon ziemlich nice aus. Was aber noch viel besser ist, eure Zuschauer können nun auch Achievements sammeln und sich diese als Awards bestellen. Also meldet euch jetzt an auf Achievements TV und lasst auch eure Zuschauer Achievements sammeln. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, ich würde sagen, wir legen jetzt auch direkt los. Das allererste, was ihr machen solltet, ist, dass eure Audioausgabe in Windows oder auch auf Mac und sonstigen Systemen natürlich auf eure Kopfhörer geht. Also eure Standardausgabe sollte gesetzt sein. In Windows kann man das zum Beispiel machen, indem man unten rechts auf das Lautsprechersymbol geht und dann zu Soundeinstellungen. Ihr kommt dann in ein Fenster, wo ihr die Standardausgabe setzen könnt. Bei mir ist jetzt zum Beispiel hier auf HD60X gesetzt. Bei euch auf dem Streaming- bzw. Aufnahmesystem sollte es optimalerweise auf eure Kopfhörer gehen. Ist das gesetzt, können wir direkt in OBS Studio hüpfen und dort alles einrichten. Das Erste, was wir nun in OBS Studio machen müssen, ist, dass wir in die Einstellungen gehen. Und unter Einstellungen bei Audio sollten wir darauf achten, dass wir keine Desktopausgabe mehr haben. Das heißt, das Desktop-Audio sollte hier in beiden Fällen auf deaktiviert stehen. Ist das nicht der Fall, könnt ihr mit diesem Setup doppeltes Audio bekommen. Also stellt sicher, dass ihr beide Spuren auf deaktiviert stellt. In diesem Moment habt ihr dann kein Audio mehr von gar nichts auf eurem PC, außer euer Mikrofon. Denn das solltet ihr ja beim Mikrofon-Aux-Audiogerät eingebunden haben. Im nächsten Schritt fangen wir nun an und bauen uns eine Hilfsszene, in der wir unsere gesamten Audioquellen einbinden. Das heißt, bei den Szenen auf das Plus gehen, ich nenne das mal unterstrich Global unterstrich Audio. Dann mit OK bestätigen und dann haben wir eine leere Szene, also keine Quellen da drin. Was wir jetzt machen können, ist, dass wir direkt aus OBS Studio heraus das Audio von Anwendungen captchern. Fangen wir mal mit verschiedenen Anwendungstypen an. Das Einfachste wäre ja ein Spiel, was ihr gestartet habt. Beispielhaft habe ich hier nun einmal das Game Apex Legends geöffnet und im Fenstermodus, damit wir natürlich auch sehen, was wir hier machen. Um nun das Audio eines Spiels einzubinden, geht man einfach, wenn das Spiel geöffnet ist, unten zu den Quellen auf das Plus. Wählt dann Anwendungs-Audioaufnahme-Beta aus. Wir nennen das dann mal Apex Legends. Klicken auf OK. Es wird dann automatisch ein neues Fenster geöffnet und hier könnt ihr nun alle geöffneten Fenster auswählen. Unter anderem, wenn ich jetzt draufklicke, finde ich hier auch Apex Legends. Wähle ich das Ganze aus und klicke auf OK, habe ich automatisch eine neue Audiospur, die sich Apex Legends nennt. Wenn ich nun ins Game reingehe und das ist eine Sache, die immer wieder gefragt wird, wenn ihr raustappt aus dem Spiel, dann kommt auch kein Audio an. Sobald ihr aber in das Spiel reingeht, seht ihr, dass automatisch hier der Audio-Ausschlag kommt. Das heißt, wenn ich hier irgendwas mache, also hier rüberhover, kommt das Audio von Apex Legends an. So einfach könnt ihr für eure Spiele das Audio in eine eigene Spur in OBS einbinden, die ihr getrennt regeln könnt in der Lautstärke. Jetzt gibt es aber eine wichtige Sache, auf die ich hinweisen muss. Wenn ihr ein Spiel spielt, wie zum Beispiel Valorant oder Call of Duty, dann gibt es dort ja auch In-Game-Voice-Chat. Und dieser In-Game-Voice-Chat, der kann über ein eigenes Audio-Gerät ausgegeben werden. Was bedeutet, dass wenn ihr hier diese Möglichkeit nutzt mit dem Capture des Audios, dass ihr nur das Game-Audio bekommt, aber nicht das Audio des In-Game-Voice-Chats. Um nun das Audio des In-Game-Voice-Chats zu bekommen, müsst ihr noch einen Zusatzweg gehen. Das heißt, ihr müsst in dem Spiel selber in die Audio-Einstellungen gehen und müsst dort für den Voice-Chat ein eigenes Audio-Gerät auswählen. Hier könnte man zum Beispiel den Monitor auswählen, wenn der Monitor am Monitor gemutet ist, stört euch das auch nicht. Oder man hat zum Beispiel ein Virtual-Audio-Cable installiert, das wäre auch eine Möglichkeit. Da habe ich euch unten in der Videobeschreibung mal einen Link zu einem älteren Video verlinkt. Dort zeige ich, wie man das mit einem Virtual-Audio-Cable aufbaut. So macht ihr das dann hier im Endeffekt auch. Damit haben wir dann eigentlich den Punkt Game-Audio schon mal abgehakt. Der nächste Punkt wäre ja zum Beispiel, dass man Musik einbinden kann und die Musik auch getrennt regeln kann. Nehmen wir uns hier als Beispiel doch mal Spotify. Wenn ich hier bei Spotify dann zum Beispiel Musik abspiele, wie zum Beispiel von Panda Beats. By the way, ist das kostenlose Musik, die ihr ohne Urheberrechtsprobleme im Stream abspielen könnt. Dann läuft jetzt die Musik und die kann ich einbinden in OBS. Das heißt, ich gehe wieder bei OBS auf das Plus, wähle Anwendungs-Audio-Aufnahme-Beta aus, nenne das Ganze mal Spotify, klicke auf OK und wähle dann hier im Fenster meine Spotify-Achse aus. Habe ich das getan, klicke auf OK, bekomme ich wieder eine eigene Audiospur, die ich auch getrennt in der Lautstärke regeln kann bzw. auch muten kann, um das Audio zu muten für den Stream. Der nächste Punkt wäre dann Discord. Bei Discord könnt ihr ja auch in den Benutzereinstellungen unter Sprach- und Videochat einstellen, worüber das Audio ausgegeben wird. Das wird hier standardmäßig eigentlich auf dem Default-Gerät ausgegeben, solltet ihr auch so lassen, damit ihr das selber hört bzw. eure Kopfhörer auswählen. Wenn ihr aber das Audio nun einbinden wollt, wir haben ja Desktop-Audio rausgenommen, müsst ihr von Discord das Audio auch captchern. Das heißt, ihr geht dann wieder auf das Plus, macht wieder eine Anwendungs-Audio-Aufnahme-Beta, das nennen wir jetzt mal Discord, klicken auf OK und wählen hier als Fenster dann Discord aus. Machen wir das, wird das Audio von Discord auch in einer eigenen Spur gecaptchert, die wir hier wieder regeln können. Benutzt ihr Teamspeak, macht ihr das genauso. Ihr nutzt dann einfach wieder eine neue Quelle, wählt Teamspeak aus und aus die Maus. Und dann kommen wir auch gleich zum nächsten Punkt. Nutzt ihr sowas wie zum Beispiel Stream Elements oder andere Dienste, um eure Alerts in den Stream einzubinden? Habt ihr ja nun nicht mehr die Möglichkeit, dass die Alerts direkt übertragen werden bzw. ihr sie monitoren oder regeln könnt? Wie schafft ihr das, dass ihr eure Alerts auch über eine eigene Spur regeln könnt? Und dafür braucht ihr eigentlich die Audio-Eingabeaufnahme nicht, wie wir sie eben benutzt haben, sondern ihr müsst nur darauf achten, dass ihr die Alerts richtig einbindet. Machen wir das beispielhaft mal mit einem dieser Pakete. Eure Alerts bzw. Overlays bindet ihr in OBS ja nicht unbedingt in diese Hilfsszene ein, sondern das macht ihr dann in der Live-Szene. Dort habt ihr dann unter anderem über Plus und Browser euer Overlay bzw. die Alerts eingebunden. Ich nenne es jetzt einfach mal Alerts. Wenn ihr das tut und hier die URL eingebt, habt ihr ein Kästchen, was ganz wichtig ist. Audio über OBS steuern. Setzt ihr dieses Kästchen und klickt auf OK, bekommt ihr eine eigene Audiospur, nämlich die Spur für eure Alerts und könnt diese auch in OBS regeln. Das einmal zu dem Thema Alerts. Da braucht ihr nicht noch irgendwas von OBS abcaptchern, denn ihr habt das ja schon in OBS drin. Und kommen wir dann noch zu dem Audio von Konsolen. Auch da braucht ihr nicht den Quellentyp, den wir eben genutzt haben mit Plus- und Anwendungs-Audioaufnahme, denn bindet ihr eine Konsole ein, wie eine Playstation oder eine Xbox. Dann habt ihr meistens eine Capture-Card, wie hier zum Beispiel die Elgato. Und diese Capture-Card bekommt sowieso ein eigenes Audiogerät. Gut, bei Capture-Cards gibt es ganz viele verschiedene Wege. Ich habe euch mal so ein Standard-Video mit Möglichkeiten unten in der Videobeschreibung verlinkt, wie ihr Audio generell von eurer Capture-Card bzw. Konsole in OBS reinbekommt. Eins muss ich euch aber sagen, über die Anwendungs-Audioaufnahme macht ihr das nicht, sondern ihr bekommt standardmäßig generell ein eigenes Gerät. Das wird dann auch hier angezeigt. Wenn ihr die Quelle davon umbenennt, steht hier auch was anderes, wie zum Beispiel Playstation. Aber ihr habt schon eine getrennte Audiospur, da müsst ihr nichts mehr weiter abtrennen. Jetzt gibt es noch eine Sache zu tun. Und zwar, wir sind jetzt hier in unserer Hauptszene. Dort haben wir jetzt zwar das Audio von den Alerts und auch von der Elgato und auch unser Mikrofon, aber wo ist denn das Audio, was wir eben gerade getrennt haben? Damit ihr das Audio aus der Hilfsszene nun in den Szenen nutzen könnt, in dem ihr das Audio haben wollt, müsst ihr in jeder Szene, in der ihr das Audio haben wollt, eine Sache tun. Ihr geht auf das Plus, klickt dann auf Szene und wählt hier nun die Hilfsszene aus, Global Audio. Klickt ihr dann auf OK, bekommt ihr eine neue Quelle, nämlich das globale Audio, was ja keine Ansicht drüber legt und darüber bekommt ihr alle Quellen. Und nun habt ihr hier so viele Audioquellen, die ihr getrennt regeln könnt. Ihr könnt die Alerts getrennt regeln, ihr könnt euer Game getrennt regeln. Wenn ihr zum Beispiel mehrere Games habt, klar, legt ihr für jedes Game eine eigene Audiospur an. Dann könnt ihr sozusagen auch für die einzelnen Spiele getrennte Audio-Lautstärken haben. Dann habt ihr noch Discord, ihr habt eure Elgato, ihr habt Mikrofon-Audio, was ihr getrennt regeln könnt. Ihr habt Spotify, also alles ist getrennt regelbar und besser kann man Audio, glaube ich, nicht strukturieren. Jetzt möchte ich euch aber noch einen kleinen Benefit mit auf den Weg geben. Wenn ihr das Audio nun wirklich so trennt und jede Menge Audiospuren habt, kann es natürlich auch ein bisschen umständlich sein, immer aus dem Spiel rauszutabben, um mit der Maus hier die Audiospuren zu regeln. Und da würde ich euch zwei Dinge ans Herz legen. Entweder ihr nutzt das Elgato Stream Deck oder aber ihr nutzt Touch Portal. Auch beides habe ich unter dem Video verlinkt. Beides sind Tools, worüber ihr mit einem kleinen Tool oder einem kleinen Gerät bei Elgato, dem Stream Deck, neben eurem PC das Audio regeln könnt und andere Dinge oder bei Touch Portal über euer Smartphone. Schauen wir uns das beispielhaft mal bei dem Elgato Stream Deck an. Hier könnte ich nämlich theoretisch Folgendes tun. Ich könnte auf die einzelnen Audiospuren zugreifen, um diese zu muten oder zu entmuten. So könnte ich mir eine Taste hier hinlegen, mit der ich dann zum Beispiel meine Alerts mute, Mute Alerts, dann zum Beispiel noch eine weitere Taste, womit ich mir meine Musik mute. Da wähle ich dann die Quelle für die Musik aus, Spotify. Also habe ich die Möglichkeit, Tasten zu vergeben, um mein Audio, ohne aus dem Spiel rauszutabben, auch regeln zu können. Bei Touch Portal habt ihr sogar noch einen weiteren Zusatz. Ihr könnt nämlich Slider vergeben und mit diesen Slidern könnt ihr sogar die Lautstärke der einzelnen Quellen einstellen. Also das nochmal als kleiner Zusatz. Wenn ihr jetzt noch mehr mit eurem Audio machen wollt in OBS, kann ich euch auf jeden Fall einmal diese Playlist empfehlen. Dort zeige ich euch, wie ihr mit dem Elgato WaveXLR bzw. Elgato Mikrofonen und der dazugehörigen Wavelink Software auch professionell euer Audio routen, steuern und filtern könnt. Ich würde sagen, wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao, ciao!